Der gigantische Stückgutfrachter Top Diligence wurde am 27.05. von dem Schlepper Burgseher 17 aus dem Wismarer Hafen gezogen. Begleitet von den beiden deutschen Schleppern Karl und Axel. Sein Ziel, der Hafen von Ustluga in Russland. Top Diligence ist erst vor drei Jahren gebaut worden und fährt unter der Flagge von Hongkong. Es ist fast 190 Meter lang und 33 Meter breit. Dadurch ist es fähig, lange, schwere Lasten zu transportieren. Wann der Riese erneut in den Wismarer Hafen kommt, ist nicht bekannt.